Wir sind hier an der Didacta Digital 2019 in Basel mit dem Justi-Stand. Wir zeigen den Lehrern einerseits, was die Schüler auf der Seite machen können und bringen ihnen dann auch noch den Berufswahlradar näher, mit dem Ziel, dass schlussendlich noch mehr Lehrer mit dem Berufswahlradar arbeiten. Die ganze Digitalisierung des Prozesses gefällt mir sehr gut. Wir haben bis jetzt Bücher, Lehrmittel und Portfolien und solche Sachen und wir sind auch dran, alles digital zu machen. Wir haben es offiziell noch nicht verkündet, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir das als offizielles Medium in der Schule nutzen. Die Einfachheit mit dem drauf tippen und die Schüler hat alles an einem Ort, man muss sich nicht darum kümmern, wo sind Blätter und so, das macht es spannend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.